Applaus 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 LJ x x . . 2,5 Minuten. Roman Zubahar! Höcherte, der Freistag ist mit einem neuen Roman Ahnend. Ja! Kommt Jungs, weiter hin! Kommt auf den Tor an! 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 Kommt! Nein, komm Jungs, weiter Jungs! Weiter Jungs! Weiter, 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 weiter! Sehr schön! Ja! Ja! Halt! Jaaa, das gibt es! Jetzt noch ein! Jaaa, das gibt es! Jetzt noch ein! Das ist die Frage! Jaaa, Janik! Jawoll, Mathias! Das ist noch vier! Komm! Was ist denn? Was ist denn? Ja, wir sind! Jutem, prima! Jutem, prima! Jutem, prima! Jutem, prima! Jutem, prima! Jutem, prima! Ham, maintenant! Drago! Jaaa, du... Jaaa, du... Jaaa, du... Jaaa! Jutem, jetzt... Jutem, jetzt... Jutem, jetzt! Das ist noch etwas! Ah! Ah! Ah, co... Ah, co... Ah! Ah! Klamourne! A ruhe! A ruhe! Rettung, Rettung, Rettung! Machen wir Jute und Breta. Rettung, Rettung, Rettung! Ja, hier der U-Stamm. Da werde ich jetzt sehr geholen, die ganz sehen. Die sehr interessante Partie beendet. Da werde ich einsteuerlisch wie ich in sechs Tore. Zu der Seite drei, Entstand Irksegen gegen Warnow 33.